Ich zeige euch erstmal ein paar Aufnahmen. Hallo, ich bin Navari und ihr habt ja gerade in den Aufnahmen gesehen, dass es um Wildkameras geht. Allerdings nicht von dem Bereich hier. Ich bin gerade in Jakarta und fliege bald auch noch weiter nach Sulawesi, um eine andere Wildkamera einzusammeln. Aber als ich unterwegs war, hat mir der Outdoor-Buddy Matze die Aufnahmen aus dem Pfälzer Wald geschickt. Ich hatte dort eine Wildkamera für ihn aufgestellt. Er hat die jetzt eingesammelt und die Aufnahmen, die zeige ich euch jetzt. Ist das Ding schon an? Matze, bin ich ja gespannt, was die Kamera hier aufnimmt. Vielleicht siehst du mich ja hier noch. Vielleicht ist dann die Kamera auch weg, kann auch sein. Auf jeden Fall wünsche ich viel Spaß beim Suchen. Ja, hallo Vari. Ich bin gerade auf der Mission, da eine Wildkamera zu holen. Aber ich glaube, die ist weg. Also das Bild, was du mir geschickt hattest, war glaube ich im Frühjahr von der Birke hier, die neben dem Pfosten stand. Da war hier alles grün. Keine Kamera mehr da. Gut versteckt, ey. Ich wollte eigentlich schon zurückgehen. Ich hatte im Vari gerade schon ein Video gemacht, dass ich es nicht gefunden habe. Aber richtig cool. Da bin ich jetzt mal auf jeden Fall gespannt, was auf den Aufnahmen drauf ist. Ich suche gerade in den Seitengassen nach dem Frühstück. Dieses hochgestochene, touristische, was hier in den Hotels angeboten wird, das gefällt mir nicht. Ich will was ordentliches essen. Hier gibt es erstmal ganz einfach indonesisch gebratene Nudeln. Das ist sogar ganz einfach indonesisch gebratene Nudeln. Herzlichen Dank nochmal an Matze, dass er das möglich gemacht hat, dass sich da eine Wildkamera aufstellen kann und einfach da lassen kann. Die Wildkamera gehört jetzt ihm. Vielleicht wird er da noch ein paar Sachen zeigen. Auf jeden Fall verlinke ich seinen Kanal unten in der Videobeschreibung. Und ich werde jetzt langsam mal weitermachen. Ich muss ja auch noch eine Wildkamera einsammeln in Solaris. Das sehen wir aber erst später. Wenn ihr abonniert habt, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, euer Ari. Ja. 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 Ja.